So, Solaranlage macht seltsame Geräusche, macht extreme Geräusche und das Extremste ist, dass ich im Moment eine solare Einnahme von 34 kW habe, jetzt, in diesem Moment. Also wenn den ganzen Tag die Sonne geschienen hat, vor ein paar Tagen, auch Sommer, dann haben wir 60, 70 Tages-KW-Einnahmen gemacht und dann hat die sich abgeschaltet. Es ist gerade anscheinend, sonnentechnisch, dreht hier irgendwas völlig am Rad. Man kann noch nicht draußen sein. So, fünf Minuten später, das ganze Geräusche hat sich beruhigt, wobei jetzt diese Temperatur hier in dieser Zeit extrem angestiegen ist. Ich gucke nachher nochmal eben genau, welche Zahlen das sind. Auf jeden Fall ist da was Extremes mit der Sonne eben los gewesen, denn jetzt habe ich eine aktuelle Solareinnahme. Na, wie können wir es denn am besten sehen? Von, alles wieder normal, 10,2. Das ist im Normalbereich. Hoch, naja, hochstehende Sonne, wir haben jetzt halb fünf, 10,2, absolut normaler Wert. Was war da denn bitte mit der Sonne los, hm? Tja, auch hier, da habe ich mal zwischenzeitlich richtig rasant Einnahmen gemacht, aber das war nicht im Normalbereich. So, nochmal fünf Minuten später. Alles still. Ein Blick auf die Anzeige. Die Sonne scheint natürlich noch genauso wie vorher, erbarmungslos vom Himmel. Solare Leistung 0,0. Die Anlage hat sich abgeschaltet, weil der Speicher voll ist. Tagesgewinn 32. Alles wieder im Normalbereich. Aber das war nicht normal, was da los war. Das möchte ich mal erklärt haben. Das möchte ich mal erklärt haben.